Hallo und herzlich willkommen zu Kurs Teil 3, das Spektrum der Verbündeten. Kennst du das, wenn sich eine Gruppe trifft und trifft und einfach nichts vorangeht? Mit dem Spektrum der Verbündeten könnt ihr mit eurer Gruppe von da, wo ihr wirklich seid, anfangen zu arbeiten. Ihr macht euch ein Bild, wie welche Akteure zu eurem Thema stehen, ihr macht die Netzwerke eurer Gruppe sichtbar und ihr entscheidet danach kluge und realistische nächste Schritte. Zum Beispiel, welche Akteure ihr als nächste BündnispartnerInnen gewinnen wollt. In diesem Video lernt ihr ein Beispiel für ein Spektrum, was das Spektrum der Verbündeten ist, wie ihr es nutzen könnt und ihr bekommt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wir starten. Was hältst du von diesem konkreten politischen Ziel? Öffentlicher Nahverkehr soll kostenlos sein für alle in unserer Gemeinde. Du hast bestimmt direkt eine Reaktion. Stimmst du zu oder bist du nicht einverstanden? Oder würdest du dich eher irgendwo dazwischen hinstellen? Mach doch mal Plus, 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 eine Null, eine Minus oder Doppelminus auf deinem Zettel, je nachdem, wo du dich einordnen würdest. Denk nicht lange nach, es ist eine superschnelle Übung. Du hast sicherlich gute Gründe für deine Einordnung. Vielleicht findest du kostenlosen öffentlichen Nahverkehr als politisches Ziel richtig gut. Oder du findest ein Euroticket realistischer und deshalb besser für eine Kampagne geeignet. Oder du findest, die, die was zahlen können, sollen auch was zahlen. Dieser Pfeil ist ein Spektrum. Mit dem Spektrum macht ihr die unterschiedlichen Positionen zu einem Thema sichtbar und greifbar. Es gibt viele Arten, ein Spektrum zu nutzen. Statt mit Plus oder Minus auf einem Pfeil könnt ihr euch auch in einem Raum aufstellen. Und wer dafür ist, ist auf der einen Seite, wer dagegen ist, auf der anderen. Und alle anderen sind irgendwo dazwischen. Wenn ihr das zum Beispiel auf einem Mitmachtreffen macht, können gleich alle mitdiskutieren. Und hast du eine Idee, wie du so ein Spektrum in deiner Gruppe nutzen kannst? Schreib sie doch auf. Für die Strategiebildung hilft uns das Spektrum der Verbündeten. Mit dieser Art des Spektrums, die wir jetzt erklären, erstellen wir eine politische Landkarte. Wir machen sichtbar, welche Akteure einen Bezug zu unserem Ziel haben, wie sie zu diesem stehen, welche Akteure vielleicht erreichen und auf unsere Seite ziehen können und für welche wir etwas kreativer werden müssen. Grob können wir die folgenden Positionen unterscheiden. Aktive Zustimmung, also Menschen, die unsere Haltung aktiv unterstützen. Passive Zustimmung, Menschen, die unsere Haltung unterstützen, aber nicht aktiv sind. Neutral, das sind alle Personen, die sich nicht für das Thema interessieren. Passive Ablehnung sind Personen, die nicht mit uns einverstanden sind, aber auch nicht aktiv dagegen sind. Aktive Ablehnung sind alle, die mit unserer Haltung nicht einverstanden sind und auch aktiv dagegen vorgehen. In diese Landkarte ordnen wir dann alle Akteure ein, die uns einfallen. Wie genau, erklären wir im nächsten Video. Zuerst wollen wir wissen, wofür uns eigentlich so eine Landkarte hilft. Als Aktivistinnen machen wir oft den Fehler, direkt unsere aktiven Gegner bewegen zu wollen oder unsere ganze Aufmerksamkeit auf die zu konzentrieren, die die größte Entscheidungsmacht haben. Aber das sind oft diejenigen, die am schwersten zu bewegen sind, weil sie ein ureigenes Interesse an der Aufrechterhaltung des Status Quo haben. Wir beißen uns dann die Zähne aus und verändern am Ende doch nichts. Stattdessen macht es mehr Sinn, sich das Spektrum wie eine Waage vorzustellen, eine Waage, die kippt, wenn genügend Akteure mit genügend Gesamtgewicht ein oder zwei Schritte in unsere Richtung machen. Das ist ganz konkret mehr werden. Ihr könnt gewinnen, wenn ihr Akteure auf dem gesamten Spektrum für eure Sache gewinnt und so eure Macht aufbaut. Und so hat das Spektrum der Verbündeten Bewegung geholfen, ihre Ziele zu erreichen. Die selbstorganisierte Gruppe Refugees with Attitude, deren Strategieprozess wir ein Stück begleitet haben und die uns erlaubt hat, ein Zwischenergebnis hier zu teilen, hat das Spektrum genutzt, um zum Thema fairer Asylverfahren zu arbeiten. Sie haben dafür als kleine Gruppe ihre Netzwerke kartiert. Auf dieser Basis haben sie dann schrittweise potenzielle BündnispartnerInnen angesprochen. Zum Tag des Flüchtlings 2022 haben sie eine gemeinsame Aktion vor dem Bundestag gemacht. Und derzeit arbeitet die Gruppe mit ihren neuen BündnispartnerInnen am Aufbau der Kampagne Echte Chance. Diese hat zum Ziel, der Praxis von Kettenduldung endlich ein Ende zu setzen und ein echtes Chancenaufenthaltsrecht zu ermöglichen. Mit einer stadtpolitischen Gruppe haben wir das Spektrum mal bei einem Mitmachtraining benutzt. Alle waren super begeistert zu sehen, wie groß und divers das gemeinsame Netzwerk eigentlich ist und dass wirklich alle direkt etwas Hilfreiches einbringen konnten, obwohl sie zum Teil noch super neu dabei waren. Einige Leute haben später berichtet, dass sie auch wegen dieser Erfahrung in der Gruppe geblieben sind. Und wie Menschen in anderen Ländern das Spektrum der Verbündeten erfolgreich genutzt haben, um ihre Kampagnenziele zu erreichen, könnt ihr am Beispiel der brasilianischen Anti-Fracking-Kampagne Now Fracking nachlesen. Jetzt wisst ihr also, was ein Spektrum ist und wie das Spektrum der Verbündeten euch helfen kann, mehr zu werden, um Schritt für Schritt an euer politisches Ziel zu kommen. Das nächste Video ist eine Anleitung, wie du oder ihr als Gruppe das Spektrum benutzen könnt. Du kannst der Anleitung entweder einzeln folgen oder du suchst dir gleich ein paar Leute, um gemeinsam ein größeres Netzwerk abzubilden und ein Vorgehen zu entwickeln. Es ist einfach und macht richtig Spaß. Also, los geht's!